Ja, auch ein ganz herzliches Willkommen von mir. Wir vier Pädagoginnen haben uns vorgenommen, Ihnen heute etwas zum Lernen im Zusammenhang vorzustellen. Sie haben Vorhaben, die sich auf der einen Seite mit fächerübergreifendem Lernen und Selbstwirksamkeit stärken, die wir Ihnen vorstellen wollen. Jetzt zunächst, wie Frau Gottmann gesagt hat, ganz kurz. Danach wollten wir mit Ihnen in die Tiefe gehen, mit Ihnen die Fragen, die sich dann während der Präsentation aufgetan haben, durchgehen und Ihre Bedenken, aber auch Ihre Ideen natürlich teilen. So, jetzt gehen wir mal kurz weiter. Sie sehen hier Lernen in Zusammenhängen. Auf der einen Seite Lernen und dann die Zusammenhänge. Und bei der Vorbereitung haben wir uns überlegt, okay, was fällt uns denn jetzt spontan dazu ein aus unseren Vorhaben, die wir gemacht haben? Und da kamen eben diese Begriffe wie oft einmal Scheitern ermöglichen, gemeinsames Arbeiten, Stärkung der Selbstsicherheit, Mut erzeugen, aber eben auch Wissen, warum Sie, nämlich die Schüler, noch in die Schilo gehen wollen. Manchmal ist das ja einigen nicht so klar. Oder sich anstrengen lohnt sich. Teilweise sind das auch jetzt Begriffe, die Sie wahrscheinlich vielleicht auch gerade in dem Panel gehört haben, aber die wir gerne einfach tatsächlich noch mal stärker vertiefen wollen anhand unserer Vorhaben. Können wir kurz weitergehen? Fächerverbindende Projekte, wie gestaltet man sie, dass sie tatsächlich eben ein Plus haben? Und was muss man eben bedenken, damit es nicht so sehr als Minus sich darstellt? Fächerverbindende Projekte sind ja in der Regel nachhaltig. Man kennt die Lerneffekte, aber zu diesem Ja gesellt sich eben tatsächlich immer ein Aber, denn die Auswirkungen auf andere Curricula, Stunden und Vertretungspläne bleiben eben nicht aus und bedürfen einer vorherigen, gut gestalteten Kommunikation zur gemeinsamen Akzeptanz des Vorhabens, sodass aus dem Ja-Aber auch ein Ja-und wird und sich die Fächer über einen geeigneten Inhalt miteinander verständigen können, die Etablierung dieses Vorhabens tatsächlich eben nicht das Werk eines Einzelnen bleibt, sondern sich zu einer gemeinsamen Gestaltung des schulischen Lernens entwickeln kann. Und das sind eben, wie gesagt, diese Herausforderungen, die dann eben dazu führen, dass man sieht, okay, wie kann man Didaktik und inhaltliche Organisationen in eine Organisationsstruktur bringen, in der tatsächlich eben auf der einen Seite eben die Schüler etwas davon haben, aber die Lehrer eben auch sehen, dass sie einen Gewinneffekt auch ihres Lernens dadurch erreichen. Jetzt können wir weitergehen. Das sind die wesentlichen Aspekte, die uns denn dabei aufgefallen sind, dass es tatsächlich um interdisziplinäres Vernetzen geht, dann auch eben in damit verbundener Umgebung sich wiederfinden, sich auch gemeinsam eben auf den Weg machen, auf der anderen Seite auch auf den Weg, um etwas ganz Neues dann zu entdecken, dass man dann eben wieder zusammensetzt in Form von anderen Fächern, um dann zu sehen, ja, wie kann man das tatsächlich gestalten. Auf der einen Seite ist dieser interdisziplinäre Ansatz eben und der in damit verbundene Umgebung etwas mehr das, was den inhaltlichen Aspekt dieser Projekte oder dieser Vorhaben darstellt. Aber auch Vorhaben und Projekte brauchen tatsächlich eine eine zeitliche und räumliche Struktur. Wie muss man die von Seiten der Schule tatsächlich schaffen? Welche Voraussetzungen bedarf es, dass diese Strukturen eben auch ankommen, angenommen werden und natürlich auch nachhaltig sich in einer Schule implementieren? Und dazu haben wir Ihnen vier verschiedene Vorhaben gebracht. Auf der einen Seite sehen Sie Paula Fürst Schule Berlin, Lernwerft Kiel, Karl-von-Weinberg-Schule und Einstein-Gymnasium-Reda. Das heißt, dass diese Schulen auf der einen Seite das fächerverbindende, interdisziplinäre in einer neuen Umgebung etwas organisieren. Das liegt mehr auf der linken Seite. Was die Strukturen und die zeitliche Organisation angeht, da werden Sie Beispiele finden eben bei der Karl-von-Weinberg-Schule und im Einstein-Gymnasium. Wir wünschen Ihnen wirklich ganz viele neue Erkenntnisse in den verschiedenen Workshops und freuen uns, wenn Sie aus den Workshop-Gruppen kommen, dass Sie natürlich dann einfach uns erzählen können, welche Eindrücke Sie gemacht haben. Wir werden Ihnen jetzt auch noch weiterhin einen kurzen Eindruck geben für die jeweiligen Workshops beziehungsweise Gruppen, die Sie dann eben sich selber auswählen können. Dankeschön, Brigitte. Würdest du direkt mit deinem Beispiel starten? Ja, dann fange ich, dann mache ich gleich weiter und stelle das Vorhaben der Paula Fürst Schule vor. Ja, wunderbar. Sie sehen hier ein Foto von 2019, als es noch möglich war, dass wir alle mit den Schülerinnen und Schülern eben im engen Raum, man sieht es hier im engen Raum zusammen war. Es zeigt sich jetzt hier, als ob es eine ganz andere Welt und eine ganz andere Zeit ist. Dieses Beispiel, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist aus der Paula Fürst Schule Berlin und es geht eben um die sogenannte interdisziplinäre Vernetzung durch Methodentraining und Seminartag. Und das Foto, was Sie hier sehen, ist auf dem Seminartag am Anfang August 2019 aufgenommen worden. Jetzt geht es weiter. Ich hatte Ihnen anfangs gesagt, dass wir uns Gedanken gemacht haben, was uns spontan, brainstormmäßig einfach einfällt, wenn wir an unsere Vorhaben denken und eben auf der einen Seite dieser Aspekt von Seiten der Schüler her wissen, warum ich lernen will, aber auch eben von Seiten der Lehrer, der Lehrkräfte her, Wissen vermitteln. Wie kann man Wissen vermitteln und das methodisch stärken? Besonders, dass die Schülerinnen und Schüler, die erst in die 11. Klasse kommen, zum Beispiel auch nicht auf einem Gymnasium waren, sondern vielleicht auf einer anderen integrierten Sekundarschule. Wir sind eine Gemeinschaftsschule, dass diese Schüler tatsächlich eben das Angebot, was in der 11. Klasse darstellt, auch wirklich effektiv nutzen können und wirklich eben diese sogenannte intrinsische Motivation einfach für sich selber auch entdecken. Nochmals, also Wissen, warum ich lernen will, vermitteln, dass sie mehr können, als sie glauben. Oftmals ist es so, dass Schüler in die Schule kommen, also in die gymnasiale Oberstufe, ohne dass sie tatsächlich eben wissen, ja, warum soll ich das jetzt machen? Meine Eltern haben gesagt, ich soll Abitur machen, aber vielleicht will ich das gar nicht. Oder ich mache es deshalb, weil Freunde mir gesagt haben, sie gehen auf jeden Fall auch weiter. Und abgesehen davon ist es natürlich gesellschaftlich auch angesehen, dass man halt Abitur macht. Und das ist natürlich auf der einen Seite nicht jetzt unbedingt die beste Voraussetzung, tatsächlich eben Abitur zu machen, aber dann zu sehen, dass sie es können und dass sie eben einfach Interesse haben und dieses Interesse zu entwickeln, das ist ja genau das, was wir auch in der Schule immer wieder geben sollen. Aber teilweise ist es natürlich auch so, dass es eben halt die Angebote da gebracht werden können und müssen, die ihnen auch diese Möglichkeit der Selbstwirksamkeit, diese zu stärken, eben auch offeriert wird. In der Paula-Furst-Schule ist es so, vielleicht können wir weitergehen, dass wir eine Zusammensetzung aus den Schülerinnen des 11. Jahrgangs haben, die aus der eigenen Sekundarstufe, aus der Sekundarstufe 1 kommen. Das sind ungefähr 60 und dann haben wir auch noch Schülerinnen aus unserer Partnerschule. Das sind ungefähr 35 und dann noch ungefähr 15 bis 20 Schülerinnen, die aus ganz anderen Sekundarstufen kommen. Das ist natürlich dann eine bunte Mischung und da muss man natürlich auch erst mal sehen, wie sind die fachlichen Voraussetzungen dieser Schüler. Das hat dazu geführt, dass wir uns überlegt haben, wie können wir sie tatsächlich eben gleich von Anfang an in ein gemeinsames Kennenlernen zusammenbringen, aber auch in ein gemeinsames Erleben, was tatsächlich auch die gymnasiale Oberstufe bedeutet. Und diese Selbsteinschätzung und Selbstwirksamkeit stärken haben wir dadurch vorab auch schon mal entwickelt, indem wir einen Reflexionsbogen vor Einstieg in die Sekundarstufe 2 entwickelt haben. Den haben wir, vielleicht können wir mal kurz weitermachen. Genau, den haben wir in der 10. Klasse verteilt, sind damit auch in unsere Partnerschule gegangen und haben, wenn es schon Schülerinnen gab, die sich relativ früh für unsere Schule entschieden haben, auch diesen Reflexionsbogen gegeben. Dieser Reflexionsbogen hat uns dann gezeigt, ja, dass es wirklich viele Schüler gibt, die unheimlich Lust und Interesse haben auf die 11. Klasse, aber die auch ganz ehrlich gesagt haben, dass sie eben Angst haben, dass sie nicht ganz genau wissen, ob sie den Anforderungen entsprechen können und dass sie, ja, dass sie dann aber trotzdem diesen Versuch wagen werden. Wir haben ihnen dann auch gesagt, dass wir sogenannte Hilfsangebote haben, wir haben Lernberatung und Lerncoaching und haben sie dann gefragt, was sie darunter verstehen und erst mal haben sie das als etwas, ja, wussten sie nicht unbedingt, was sie damit anfangen sollten, nachdem wir sie dann einfach beraten haben, beziehungsweise ihnen erzählt haben, was es ist, fanden sie das wirklich sehr, sehr interessant und konnten sich das vorstellen, sich auch darauf einzulassen und möglicherweise auch über ihren Schatten zu springen und so ein Lerncoaching auch für sich selber in Erwägung zu ziehen. Vielleicht können wir mal weitergehen. Diese ganzen Überlegungen und auch diese Evaluation, die sich aus den Fragebogen ergeben hat, führte denn dazu, dass wir vorab eigentlich schon diese Frage uns gestellt haben, ob es nicht gut ist, wenn wir Methodenkurse einrichten. Methodenkurse, die wir jetzt nach der ersten Profilphase jetzt halbjährlich anbieten. Also wir haben vier Elfte Klassen und in den vier Elften, die vier Elften Klassen teilen wir so ein, dass jeweils zwei im ersten Halbjahr und zwei im zweiten Halbjahr an diesem Methodenkurs teilnehmen. Und um es noch ein bisschen intensiver, beziehungsweise auch interessanter für die Schülerinnen und Schüler zu gestalten, haben wir diese Methodenkurse fachlich aufgeteilt. Also es gibt eben jeweils drei Aufgabengebiete, einen Methodenkurs für den gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, dann für den naturwissenschaftlich-mathematischen und dann für Kunst- und geisteswissenschaftlichen Bereich. Das sind jeweils drei, also im ganzen Sinn des drei Lehrerinnen, die sich zu der gleichen Zeit eben drei Stunden die Woche, wir haben das auch drei Stunden an je einem Tag gegeben, treffen und diese Schüler ja eben entsprechend ihrer geisteswissenschaftlichen oder fachlichen Ausrichtung, denn auch Präsentationen vorbereiten. Denn unsere Idee war, dass wir anhand von Präsentationen am besten Methodenkurse vorstellen können, beziehungsweise in die Methoden einleiten können. Denn die Schüler müssen alle im Abitur eine Präsentation machen oder die Präsentationen sind natürlich mehr oder weniger ein ganz wesentliches Werkzeug während der Gymnasialoberstufe. Und anhand dessen können sie am besten lernen, was es bedeutet, wissenschaftlich zu arbeiten, wie man sich eben an ein Thema hineinarbeitet, wie man überhaupt erst mal ein Thema sich erarbeitet, an dieses Thema hineinkommt, dieses Thema zu seinem eigenen Thema macht, wie man an die Möglichkeiten des Materials herankommt und das dann eben so fachlich und gestalterisch aufarbeitet, dass man es eben auch präsentieren kann. Diese Präsentationen, kommst du zum Schluss? Ja, ich meine, die letzte Phase, die letzte Folie dann bitte. Und das sind jetzt eben die zwei Varianten, die wir dafür gefunden haben, dass wir zwei Varianten haben. Einmal diesen Seminartag, den ich anfangs schon vorgestellt habe. Das ist diese Variante am Anfang des Schuljahres. Und jetzt haben wir eine zweite Variante und die ist eben am Ende des Methodenkurses, dass wir diese dann eben erst nach dem Methodenkurs den Schülern die Möglichkeit geben, ihre Präsentation dort vorzustellen und dann mit Experten, die wir dort einladen, zusammen besprechen und auch gegenüber Schülern der 10. Klasse vorstellen. Also das ist quasi eine Verbindung von Methodenkurs und Seminartag. Vielen Dank. Danke schön, Brigitte, für den kurzen Einblick. Wer mehr darüber wissen möchte, kann sich nachher vertiefend bei Brigitte in die Workshop-Phase einwählen. Ich übergebe jetzt gleich mal nahtlos an Martin. Sehr gut. Ich versuche mal hier meinen Bildschirm zu teilen. Achso, jetzt sieht man die Folien noch. Das ist nicht so sinnvoll. Ah, so, jetzt vielleicht besser. Gut. Genau. Also ich wollte ganz kurz was dazu sagen, wie das an der Karl-von-Weimar-Schule ist. Es schließt ein wenig an an das, was Brigitte Kater gerade schon vorgestellt hat. Denn es ist kein Zufall. Wir waren beide in derselben Arbeitsgruppe des Innovationslabors der Schulakademie. Und das ist ein Fallbeispiel insofern, als man hier sehen kann, wie man scheitern kann aus guten Gründen. Und da, das wollte ich ganz kurz mal vorstellen. Wir haben also genauso auch gedacht, sind davon ausgegangen, dass wir fächerübergreifende Projekte im Jahrgang 11 etablieren wollten, auch zur Stärkung von Selbstwirksamkeit im Sinne dessen, was eine Einführungsphase ist. Auch hier diese Zweiteilung. Auf der einen Seite geht es um Inhaltliches, auf der anderen Seite muss eine Organisationsstruktur geschaffen werden, damit man dieses Minus nicht hat, von dem Brigitte Kater gerade gesprochen hat. Und diese wirklich destruktiven Auswirkungen auf den Stundenplan, sobald man mal sagt, jetzt heute machen wir einen Projekttag. Und dann schreit das Kollegium. Und an der Stelle sind wir zu folgender Idee gekommen. Also wir wollten, wir haben, ach nee, wo ist es denn? Entschuldigung, was haben wir gemacht? Jawohl, Entschuldigung. Wir haben die beteiligten Fächer an einem Schultag zusammenhängend gelegt. Das war nicht ganz einfach, aber es ging am Ende doch. Die hatten, die liefen alle hintereinander. Es war Deutsch, POVI, Musik und Kunst. Sodass, wir haben zwei Projektphasen dann gehabt, an denen wir zwei Projekttage hatten, die einfach im normalen Stundenplan liefen, ohne dass irgendjemand außerhalb des Jahrgangs eben was davon mitbekommen hat. Das war sehr, sehr positiv. Jetzt kommen wir auch zur nächsten Folie. Wir haben die im ersten Halbjahr 19-20 durchgeführt. Und es war ein voller Erfolg mit Präsentationstag. Die Motivation der Schüler war da. Die Präsentationen waren tatsächlich aus unterschiedlicher Perspektive. Wir haben einen Roman gelesen aus den 1920er Jahren und der wurde verbunden. Da kam viel Musik drin vor, was in der Musik gemacht wurde. Es kam viel Kunst drin vor, was in Kunst vertieft wurde. Es kam jede Menge Identitätsbildung drin vor, Lehrplan bedingt, sehr passend, was dann anschließend, was über POVI und Soziologie mit abgedeckt wurde. Die Schüler waren wirklich sehr gut dabei. Und es kam sogar, also was leistungsstärkere Schüler angeht, es kamen sogar dabei kleinere Facharbeiten raus, darüber hinaus, was eigentlich geplant war. Also es war eine super Sache. Wir haben den zweiten auch schon geplant und das stand alles an. Dann kam die Corona-Schulschließung und dadurch konnten wir nicht durchführen. Und es kam noch was zweites. Wir haben in der Zwischenzeit haben wir an unserer Schule eine völlige Neuorganisation des pädagogischen Konzepts durchgeführt, um Schüler mehr Zeit für selbstorganisiertes Lernen einzuräumen. Auch das ist ja Teil einer Projekt- oder fächerverbindenden Idee. Und das haben wir getan. Wir haben mehrere Selbstlernfenster pro Tag eingeführt. Und haben das im neuen Stundenplan eingebaut. Ich zeige mal kurz so einen Stundenplan. Da steht nicht, dass wir segeln auf dem Main. Es ist, Segel ist ein Akronym für selbstgesteuertes Lernen. Und man sieht hier auf der, auf dem Stundenplan, wir haben also hier zwei große Bänder, in denen jeden Tag selbstgesteuertes Lernen stattfindet. Kleine Inseln hier und da in einzelnen Jahrgängen. Das liegt aber an Corona. Eigentlich sollte, müsste das ganz klar immer Jahrgangs-, also schulweit so sein. Und das haben wir tatsächlich vor einem Jahr abgestimmt in der Gesamtkonferenz und haben das eingeführt zu diesem Schuljahr, sodass jetzt das eigentliche Projekt, mit dem wir begonnen haben, ein wenig in den Hintergrund gerückt ist. Also wir sind einen anderen Weg gegangen, um einen ähnlichen Effekt zu erzielen. Hoffe ich, dass das irgendwann soweit ist, sobald wir ordentlich wieder frei uns bewegen können in der Schule. Wir orientieren, haben uns dabei an der Dorton-Pädagogik orientiert, weniger lehrerzentrierten Unterricht, mehr Schüler-Selbstbestimmung in dem, was sie tun und wann sie es tun und mit wem sie es tun. Wir erhoffen uns dadurch eben eine Steigerung des Interesses der Schüler am eigenen Lernen, ganz in dem Sinne, wie das eben auch schon anklang. Und soweit sind wir jetzt. Seit März 2020 geht es los und man sieht hier so eine Art Roadmap. Nein, es ist gar keine Road, es ist eine Rivermap. Da oben ist ein Schiff und wir sind hier losgegangen. Man sieht hier an den Seiten immer sind irgendwie Steine eingeschlagen. Das sind die Gesamtkonferenzbeschlüsse, in denen das Kollegium sich dafür entschieden hat, das zu tun und die entsprechenden Schritte einzuleiten. Da war viel zu tun. Wir haben nur noch 60-Minuten-Takt jetzt inzwischen, weil wir eben die anderen 30 Minuten einer Doppelstunde in das selbstgesteuerte Lernen geben und das alle Fächer. Soweit steht das. Das heißt, in meinem Teil des Workshops auch nachher wird es wohl eher darum gehen, um diese Strukturen, auch das schon, wie es angekündigt ist. Wie kommt man dahin? Wie nimmt man die Leute mit? Was wollen wir überhaupt verändern? Danke. Dankeschön, Martin. Es gibt zwei ganz kurze Fragen mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Gibt es, Segel, bei euch nur im 11. Jahrgang? Ist die eine Frage. Und die Frage ist die Gesamtkonferenz, die Schulkonferenz? Die Gesamtkonferenz in Hessen ist das Gremium aller Lehrkräfte, während die Schulkonferenz Lehrkräfte, Schülervertretung und Elternvertretung ist. Also die Schulkonferenz ist eigentlich das höchste Gremium in Hessen an den Schulen. Und die Gesamtkonferenz war erstmal nur die Lehrkräfte. Das heißt, all diese ganzen Steine, die wir hier haben, wo GECO steht, da steht dahinter auch immer gleich nochmal ein entsprechender positiver Beschluss des Elternbeirats und der Schulkonferenz. Ist das nur im Jahrgang 11? Nein. Wir haben das schulweit eingeführt. Das heißt, an dieser Stelle, wo diese blauen Segelstunden sind, an der Stelle hat die ganze Schule selbst gesteuertes Lernen. Und wenn man eines Tages wieder so weit sein wird, dass man sich frei bewegen kann, dann können die Schüler jahrgangsübergreifend sich zusammentun, sich mit Freunden aus Parallelklassen zusammentun in diesen Zeiten, um an Dingen zu arbeiten. Sie können sich die Lehrkraft aussuchen, weil der Englischlehrer nervt und die andere hat es immer so toll erklärt. Dann gehe ich dorthin mal, um einen kleinen Input zu bekommen. Das ist die Idee, die dahinter steht. Und da hat Corona eben im Moment einen furchtbaren Riegel vorgeschoben. Aber wir üben es jetzt schon ein und wir hoffen, dass wir in der Zukunft das ordentlich in aller Freiheit hinkriegen können. Dankeschön, Martin. Für vertiefende Fragen dann gern im Workshop weiter nachfragen. Ich übergebe das Wort an Gregor Kölsch. Martin, machst du noch die? Ich muss erst mal hier wieder in Großfeld kommen. Ah, super. Gut. Ich hoffe, ich bin schon zu sehen. Das ist nur nicht ich, sondern meine Präsentation. Ja, Sie sehen schon, wir gehen wirklich segeln. Unser Lernen in Zusammenhängen nennen wir Lernen und Forschung an Bord. Das ist ein Projekt, was wir am Ende unserer Einführungsphase machen. Das ist für uns ein 11. Jahrgang. Wir sind eine Gemeinschaftsschule an die Lernwerft in Kiel, eine Schule in freier Trägerschaft. Und wir nehmen unsere 11. Klassen und gehen acht Tage an Bord eines Großseglers, wie Sie den hier auch auf dem Bild sehen. Und das ist dann wirklich ein aktives Segeln als Gruppenereignis. Diese Schiffe bieten sowas an für Gruppen bis zu 20, 25 oder 30 Personen. Und die Gruppe ist dann wirklich die Segelcrew, die mit anpacken muss, um das Schiff zu bewegen. Und von Kiel aus oder anderen Häfen in der Nähe kommen wir dann in die gesamte südwestliche Ostsee in diesen acht Tagen, je nach Wind und Wetter. Das heißt, wir kommen vor allem auch nach Dänemark oder an andere deutsche Häfen. Und während dieser Zeit bearbeiten die SchülerInnen selbst gewählte, vorbereitete Projekte. Dazu ein paar mehr Details. Diese Projekte haben irgendetwas mit dieser Fahrt zu tun. Segeln, Meer, Seefahrt, ich weiß nicht, was alles da sein kann. Ich zeige gleich nochmal eine Tabelle mit möglichen Projekten, die die SchülerInnen sich überlegt haben können. Bereits im Vorfeld dieser Fahrt müssen die SchülerInnen Zusammenfassungen ihres Projektes schreiben, also eine Seite etwa. Und die zusammengefasst ergeben dann wiederum einen sogenannten Exkursionsreader. Das heißt, alle SchülerInnen, die dabei sind und auch natürlich die Fahrtbegleiter, haben eine Möglichkeit, sich über alle Projekte zu informieren und so einen Hintergrund zu allen Themen zu bekommen. Das heißt, sie können eigentlich so das Thema Ostsee und Segelnfahrt ganzheitlich erfassen mit allen Einzelthemen. Und dazu kommt, dass die SchülerInnen während der Fahrt ein Referat halten sollen. Ja, was heißt dann? Also ein Referat, das soll möglichst eben nicht sein, dass sie sich irgendwo hinstellen und dann ein paar Folien zeigen, sondern es muss am besten eine Situation sein, wo es dazu passt. Das heißt, wir sind an Land, nachmittags am Hafen, an Land und dann gehen wir in eine Salzwiese und dann hat jemand das Thema Anpassung von Pflanzen an die Salzwiese und an die Salzkonzentration des Bodens und dann können wir dort vor Ort direkt das machen. Oder während der Fahrt, während des Regels muss irgendjemand permanent Wasserproben nehmen, zum Beispiel, für sein Projekt. Und dann kann er oder sie auch während dieser Probennahme oder kurz danach erklären, was damit zusammenhängt an fachlichen Dingen. Oder ein anderes Beispiel wäre die Navigation, die permanent passiert. Das heißt, die SchülerInnen versuchen zum Beispiel, selbst den Standpunkt, den Standort auf See zu bestimmen mit Navigationstechnik, die sie selbst erlernt haben und zeigen das den anderen dann auch jeweils, wo auf einer Seekarte wir uns gerade befinden. Das heißt, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, dieses Referat, was ich hier bewusst in Anführungsstrichen gesetzt habe, passend zur Situation zu halten. Natürlich forschen die SchülerInnen während der Reise. Das heißt, sie haben ein Projekt und müssen irgendwelche Daten sammeln während dieser Fahrt. Während der Fahrt auf See, im wahrsten Sinne des Wortes, oder an Land, in Häfen, nahen Stränden, was auch immer. Und wenn das Ganze dann vorbei ist, das alles abgehakt ist, dann mündet das Ganze in eine schriftliche Hausarbeit, die wir verfassen müssen, nur zehn Seiten Text etwa, in der Qualifikationsphase. Und das wird dann für sie gewertet als eine Klausurersatzleistung. Das heißt, das können sie selbst auf ein Fach projizieren, wo es dazu passt, fachlich, und dann zählt das dort wie eine Klausur. Hier sind einige Themen zur Auswahl. Ich lasse jetzt mal 20 Sekunden einfach mal stehen, damit Sie mal sehen können, worum es geht. Sie sehen, das ist unheimlich weit gefächert. Und das ist einfach der Kern der Sache. Das nämlich, im wahrsten Sinne des Wortes, jeder und jede machen kann, was er oder sie will. Und das ist so angelegt, dass wir hier die freie Auswahl stellen, und jeder nach seinem eigenen Metier, seinen eigenen Neigungen ein solches Thema wählen kann. Und eigentlich ist es auch kein Problem, dass die SchülerInnen irgendwas als Thema finden, was zu der Ostsee oder zu der Wegefahrt dazu passt. Sowohl im naturwissenschaftlichen Bereich, als auch im gesellschaftswissenschaftlichen, im ästhetischen Bereich. Das kann alles sein. Technik, das passt alles dazu. Und das ist ja eigentlich unser Kern der ganzen Sache. Erstens selbst gewählt. Und zweitens, wenn ich das erzählt habe, so im Detail mit den Referaten, das ist der Punkt Lernen im Zusammenhang. Dass wir also vor Ort sind, wir stehen in der Salzwiese, wir sind an Bord und segeln dort und lernen was über die Navigation. Das heißt, das Ganze wird auch vom Setting und von den emotionalen Aspekten der ganzen Sache direkt damit verknüpft mit dieser Segelfahrt. Und von all diesen fachlichen Aspekten, einfach mal abgesehen, kommen wir auch schon zum Ende, ist das natürlich einfach auch eine, in Anführungsstrichen, ganz normale Klassenfahrt mit viel Zeit für das, was man sonst auf einer Klassenfahrt auch tut. Und das war eigentlich schon mal eine kurze Präsentation. Wenn wir über die organisatorischen Aspekte vor allem noch weitersprechen wollen, dann gibt es dazu gleich in der Laufzeitphase viele Möglichkeiten. Dankeschön. Vielen Dank, Gregor. Dann übergebe ich last but not least an Jörg. Ja, dankeschön. Ich versuche auch mal, meine Folie hier reinzubringen. Und hoffe, ich treffe die richtige. Ja, wenn Sie und ihr das jetzt sehen könnt zu schon fortgeschrittener Stunde, dann würde ich ein wenig erzählen zu dem, was wir am Einstein-Gymnasium uns ausgedacht haben. Mit der gleichen Motivation, die eben schon im Eingangsvortrag beschrieben wurde. Auch wir sind angestachelt davon, die Stärken der Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer doch auch in einen größeren Kontext einzuführen und denen auch Raum zu geben. Und wenn Sie den Vorträgen gelauscht haben, der Martin hat das eben kurz angedeutet, was uns eint, glaube ich, dann ist es genau dieses Forschen in dieser Richtung und eben aber auch die gemeinsame Arbeit an Strukturen für die neue Oberstufe. Und das ist das, was uns bewegt hat am Einstein-Gymnasium. Wir haben gesagt, wir müssen auch Strukturen schaffen, die das nachhaltig ermöglichen. Und während Sie gerade von Martin Griem an der Karl-von-Weinberg-Schule ein ziemlich radikales Umschwenken präsentiert bekommen haben, ist das, was ich Ihnen jetzt zeige, eigentlich ein Ergebnis von, naja, so gut 14 Jahren Schulentwicklung. Also etwas, was doch sehr bottom-up entstanden ist und was auch weit von fertig ist. Und wir startet eigentlich als Ganztagsgymnasium fünfzügig mit dem Anspruch, im Ganztag etwas zu erstellen für unsere Schülerinnen und Schüler, was unsere Idee von Schule doch noch stärker prägt. Und da sind wir zunächst einmal von einer Struktur ausgegangen und waren zunächst auch tatsächlich im gebundenen Ganztag hauptsächlich in der SEC 1 unterwegs. Das, was hier jetzt Akademiezeiten sind, hieß damals noch Lernzeiten. Und wie das bestimmt an vielen Schulen ist, die inzwischen Lernzeiten irgendwo etabliert haben, das ist ein ständiger Prozess, eine ständige Baustelle. Und so ist das auch bei uns seit vielen Jahren. Wir haben immer wieder nachgesteuert und haben geschaut, wie können wir diese Zeiten vernünftig füllen, um einerseits eine gewisse Freiheit, einen freien Zugang zu ermöglichen, andererseits aber auch Kindern einen Weg mitzugeben, wie sie auch selbst ihre Freiheit gestalten können. Im Vortrag eben hat die Vertreterin der Hochschule gesagt, dass gerade dieses Lernen ein Faktor ist. Und das haben wir immer so interpretiert, wenn man das wirklich lernen will, dann braucht man Freiheiten und dann braucht man auch Gelegenheiten zum Scheitern. Und die sind dazu aufgegeben und die werden auch massiv genutzt. Das war unsere Ausgangssituation. Wir sind also in einem Doppelstundenprinzip unterwegs und haben versucht, Strukturen abzubilden, die für ganze Jahrgangsstufen immer zur gleichen Zeit funktionieren. Das bedeutet dann im Einzelnen, und ich bin immer noch in der Sekt 1, dass Schülerinnen und Schüler dann Gelegenheit hatten, für sich selbst Schwerpunkte zu setzen und tatsächlich aber auch mit unterschiedlichen Fächerthematiken verbindend in Berührung zu kommen. Und das gilt eben auch gerade für die Lehrerinnen und Lehrer, denn auch bei denen fehlt uns eigentlich die Freiheit und auch ein Stück weit das Vertrauen, dass sie mit ihren Möglichkeiten und mit den Begabungen, die vielleicht auch sogar noch über die Fächer hinausgehen, wirklich ihre Möglichkeiten haben, Schülerinnen und Schüler zu fordern. Und da sehen Sie jetzt einmal exemplarisch, wie man das unterschiedlich füllen kann und wie auch Schülerinnen und Schüler beispielsweise sagen können und auch Raum dazu finden, wenn sie gerade etwas betreiben, was sie in der Schule nicht adäquat gefördert bekommen, sondern das im privaten Bereich machen, dann kann das auch etwas sein, wo Schülerinnen und Schüler Zeit mit verbringen und auch deren Zeit ist begrenzt, wo wir sagen, das rechnen wir mit an. Und das ist dann ein Lernen im Zusammenhängen, aber vielleicht nicht direkt in Schule. Und das ist ja etwas, was wir gerade in dieser Zeit, wo Schule nicht mehr geöffnet ist, feststellen, dass Schule nicht der einzige Ort ist, an dem man bitteschön lernt, sondern dass das eigentlich auch ganz viel drumherum und ganz woanders passiert. Diese Räume haben wir so gestellt und dann kam natürlich die große Frage, das ist ja alles wunderbar in der Säk 1, aber was machen wir damit in der Oberstufe? Und das ist eben unser Weg, das wächst hoch und wir stoßen dann an Grenzen. Und das haben wir an vielen Stellen erfahren, denn, und auch das ist ein Punkt, der uns, glaube ich, eint, uns vier, dass wir in den Innovationslaboren suchen, nach Wegen, diese Grenzen aufzusprengen und möglicherweise auch an Strukturen herangehen, die wir nicht alleine selbst in der Hand haben. Und das ist ein Plan in der Oberstufe, bei uns in der Jahrgangsstufe EF. Einführungsphase meinte Nordrhein-Westfalen, das abkürzen zu müssen. In der ein Stundenplan doch eigentlich schon recht voll ist und sehr vorstrukturiert ist und eigentlich Zusammenhänge über die Fachlichkeit hinaus sich erstmal gar nicht erschließen, wenn man den Schülerinnen und Schülern auch noch ein bisschen Freiheit außerhalb von Schule gewähren möchte. Wir hatten dann da schon geguckt, wie passt das zusammen und kann man vielleicht Lücken, die in Stundenplänen natürlich auch bei größter Optimierung entstehen und die vielleicht auch gut sind, wie kann man denn daraus etwas machen, wenn man es denn möchte, wenn die Schülerinnen und Schüler das möchten und haben versucht, das übereinanderzulegen. Und daraus ist dann ein Plan entstanden, in dem auch in der Oberstufe übergreifende Angebote möglich sind und die Schülerinnen und Schüler ein Stück weit Wahlfreiheit haben. Aber, und das habe ich eben schon gesagt, das ist noch nicht zu Ende. Zum Abschluss würde ich Ihnen das gerne exemplarisch einmal zeigen. Wir haben also beispielsweise Projektkurse. Das ist etwas, was in Nordrhein-Westfalen möglich ist. Das ist keine Einstein-spezifische Sache, sondern das haben andere Schulen noch in ganz anderem Maße ausgebaut. Bei uns liegen diese Projektkurse gerne auch am Vormittag, aber die Kolleginnen und Kollegen in Absprache mit den Schülerinnen und Schülern können die auch komplett anders verplanen und beispielsweise auch sagen, wir machen drei Samstage und generieren dafür am Vormittag freie Zeiten. Und Sie sehen, das sind alles Themen, die schon an einem Fach angedockt sind, die aber auch ganz viele Sachen drumherum ermöglichen. Und in der blauen Kiste sehen Sie das, was aktuell möglich ist. Und das wird durchaus angefragt, ist aber sicherlich auch noch ausbaufähig. Und es hat den Charme, auch das klang vorher schon an, dass die Schülerinnen und Schüler das eben auch verwerten können. Wenn wir jetzt mal rein profitorientiert an Prüfungen und so weiter denken, wobei das ein Thema ist, wo wir auch noch eine einzelne Sitzung drüber machen könnten. Denn auch das treibt uns natürlich um, denn das geht sicherlich nicht mehr so, wie es man war. Ja, das war ein gutes Stichwort. Kannst du so langsam zum Abschluss kommen? Denn alles Weitere können wir gleich vertiefen. Sie sehen, ein Hauptfachtreff, auch das ist möglich für die Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit, wo sie ein individuelles Tutoring bekommen und zwar eben parallel auch mit jüngeren Jahrgängen. Auch das ist möglich. Die Vertiefungskurse gibt es ebenfalls in NRW. Die haben wir genutzt, um ebenfalls mehr Zeit zu generieren und Schülerinnen und Schülern entweder Mathe, Englisch, Deutsch anzubieten oder aber auch die Gelegenheit zu geben, fachübergreifend zu arbeiten. Wir haben Lernhelferinnen und Lernhelfer in den Pädagogikkursen ausgebildet und auch die finden Zeit und Lücken, um im Vormittag jüngeren Schülerinnen und Schülern zu helfen. Und das ist etwas, da würde ich gerne gleich mit einigen darüber reden, die darauf Lust haben, wo wir wirklich schauen, auch in der Sekundarstufe 2 ein bisschen was vom Fachunterricht umzuwidmen und umzudefinieren, um die Anzahl an freien Stellen für die Schülerinnen und Schüler noch deutlich zu erweitern. Und dann sehen Sie weitere Einstein-Akademie-Angebote, die eben auch an dem gelben Block Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler bieten, selbstgesteuert und nach eigenem Gusto unterschiedliche vertiefende Erfahrungen übergreifend zu machen. Jetzt bin ich ein bisschen gesprungen, aber Sie haben hoffentlich einen allerersten Eindruck, was wir machen und was wir vielleicht auch zukünftig noch vorhaben. Und das würden wir dann vielleicht gleich, wenn Sie mögen, vertiefen im Workshop. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.